In W.O.B. wie ein Krückstock. Kenn ich gar nicht. Ich hab immer einen Mega-Orientierungssinn. Also ich kann mich da echt nicht beschweren. Hockt die sich hin? Okay, irgendwann wird die also langweilig. Was? Ein Bad unter freiem Himmel ist doch was Feines. Ja, das hatten wir auch schon. Wir müssen irgendwie nach unten. Abgeschossen. Gab's doch einen Aufzug oder so, ne? Nee. War das der Aufzug? Hm. Äh, ich glaube, ich laufe falsch. Soviel zu meinem Mega-Orientierungssinn. Also da runterfallen sollte ich nicht. Was ist denn das? Was wollt ihr? Ist was? Äh, ich hab das Gefühl, wir kennen uns. Jetzt weiß ich's wieder. Ach ja? Erinnert ihr euch an die Rekrutierung der Meister auf dem Platz in Torrigo? Ich bin Jack. Ich wurde dort Meister. Ja, natürlich. Hallo David. Herzlich Willkommen. Schön, freut mich, dass ihr euch an mich erinnert. Ich bin gleich danach in die Hauptstadt aufgebrochen, um meine Ausbildung anzutreten. Und jetzt bin ich endlich ein Meister der Ardenischen Armee. Hey, Müll nicht schlecht. Mhm. Mein Sold reicht aus, um meine Geschwister etwas Gold nach Hause zu schicken. Das hilft ihnen zwar, aber sie hätten sicher lieber mich. Mama und Papa haben sie nämlich nicht mehr. Unsere Eltern haben die Ardenische Armee gehasst, wenn sie wüssten, dass ich jetzt dazu gehöre. Mä? Naja, aber warum ich, äh, warum sich Gedanken darüber machen, das ist derzeit so. Hier in Alba Kavanisch ist es jedenfalls wirklich aufregend. Ständig entdecke ich irgendeine Spezialität oder ein Spielzeug, das ich meinen Geschwister mitnehmen möchte. Leider kann ich im Moment keinen Urlaub nehmen, um nach Torrigov zurückzukehren. Ich hab ein paar Süßigkeiten gekauft, aber die sind wahrscheinlich schlecht, bevor ich wieder hinkomme. Sollen wir dir vielleicht helfen? Das würdet ihr wirklich tun? Oh, vielen Dank. Ich hole sofort alles, was ich für meine Geschwister besorgt habe. Alice Madness Returns bekommt auf jeden Fall zu wenig Aufmerksamkeit. Da stimme ich dir absolut. Fraggle, warum machst du? Weil ich was verpasst? Oder weil ich keinen Orientierungsstand habe? Ich erinnere nur an die Raids, wo ich jedes Mal in die falsche Richtung gelaufen bin. Ja, grundsätzlich. Kein Problem. Oh je, das ist wirklich einig. Ist ziemlich schwer. Ich hoffe, es ist nicht zu viel für euch. Ja, wegen dem Orientierungsstand. Sie heißen Nähen, Zählen und Morker. Merkt euch das bitte. Meine Geschwister findet ihr im Wohlfühlte Gallet in Torrigov. Okay. Jacks Paket. Ein Wiedersehen. Ach komm, dann machen wir das Ganze eben einmal so. Schnellreise. Gormel. Torrigov. Äh. Das müsste ich hier, glaube ich, sein. Oder? Steck. Ich denke, das müsste da irgendwo sein. What will we buyin? Mann, ich hab bald echt keine Lust mehr. Aber wenn interessiert, ist es hier schon. Mia. Schweigepause irritiert Poppy. Warum geht Gespräch nicht weiter? Sekunde, Poppy. Ich glaube, da kommt gleich noch was. Ach, ich arbeite im Holzschlag von Noclia beim Nacken des Gormotitans. Wir gucken uns währenddessen mal, äh, Tora beim Tanzen zu. Mithra tanzt auch. Okay. Äh, wir schuften da Tag, einen Tag aus. Sie tanzen schon wieder. Fällen einen großen Baum nach dem anderen. Aber vor kurzem sind uns mehrere Dutzend Baumstämme gestohlen worden. Das ist harte Knochenarbeit, was wir da machen. Diese Bäume sind echt riesig und verdammt schwer. Selbst mit vereinten Kräften schaffen wir kaum mehr als fünf Bäume am Tag. Und dann werden sie uns einfach so gestohlen. Wenn bloß jemand den verdammten Dieb erwischen würde. Bitte alles getrost, Tora überlassen. Tora macht mittel links. Was? Echt? Oh Mann. Das muss ich allen im Holzschlag erzählen. Die werden sich freuen. Ich habe nur leider überhaupt keinen Anhaltspunkt. Keine Ahnung, wer die gefällten Bäume stiehlt. Am besten ihr heute euch einfach mal im Holzschlag um. Vielleicht hat ja einer, einer, äh, einer der anderen eine Idee. Wir kümmern uns drum. Ich werde danach kommen und mir anhören, was ihr bisher dahin, bis dahin herausgefunden habt. Mal 60. Kunst nah leiden. Ich finde einfach keine Schuhe, die ich mir zum Geburtstag kaufen kann. Aber was Design angeht, bin ich sowieso sehr speziell. Schuhe? Äh, so Richtung Turnschuhe oder was meinst du? Oder so ein richtig gutes Paar Business-Schuhe. Oh, die können richtig geil aussehen. So zu einer Jeans. Wenn man so ein richtig gutes Paar Schuhe hat. Ja. Oder Stiefel. Stiefel sind auch geil. Ist ja gerade da runtergesprungen. Volle Katze. Äh, ich glaube ich muss da rüber, ne? Einmal hier lang. Noch eins rund, ne? Ah, da sind sie ja. Was wollt ihr? Hier, für dich. Von Jack? Jeppi, endlich mal nicht nur Gold. Zeig her. Danke fürs Bringen. Seit unser Bruder Meister ist, haben wir immer genug Gold, um Essen zu kaufen. Meister sind so toll. Wenn nur Papa nicht hätte weggehen müssen. Diese blöden Ardainer konnten Mama nicht gesund machen. Aber wenigstens haben sie Jack zum Meister gemacht. Mama. Morka, du hast doch versprochen, nicht mehr wegen Mama zu weinen. Ja, ich muss stark sein. Entschuldige Neil. Alles okay? Nach Mamas Tod verschwand irgendwann plötzlich Papa. Deshalb versuchte unser Bruder dann bei der Rekrutierung von Meistern sein Glück. Und das mit Erfolg. Staun, staun. Ich will auch mal Meister werden. Dann kann ich Jack helfen. Ich auch. Ich auch. Am liebsten hätte ich so eine Klinge in Tierform. Los, bedankt euch anständig. Danke, dass ihr die Sachen gebracht habt. Danke. Ach, nicht doch. Wenn ihr Jack seht, sagt ihm, das ist uns gut, ich lieb. Ja, wir kümmern uns drum. Nochmal danke. Bim, 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 bim. Richtung Nike Adidas. Boah, ich hatte mal richtig, richtig coole Adidas-Schuhe. Aber irgendwann sind sie halt kaputt gegangen. Oh, warte, da ist ein Harmoniegespräch. Also ich finde ja diese Richtung Basketball-Schuhe, also die so ein bisschen höher sind, immer richtig... Very nice. Bye, baby, bye. Bye, baby, bye. Bye, baby, bye. The troops that captured us were Ardanian military, yes, but from the Gormati Regiment. Those aren't the same? Hmm, quite different, in fact. One can learn many things while in a Titan Battleship Brig, and I made good use of the opportunity. Damn, they checked me into solitary, so I don't know anything. It does seem like they have separate procedures for blades and drivers. In any case, once I abandoned thoughts of staging a breakout, I did make sure to keep my ears open for intelligence. Did you hear anything else? Did you hear anything else? Hmm, let me think. The soldiers over there are, as I said previously, from the capital's garrison. But those other ones actually belong to the 1st Imperial Guard, 2nd Battalion. Huh, what's the difference? Beyond the bridge is Hard Hay Palace, the Imperial Residence. Therefore... Oh, I've got it. The palace guards belong to a different unit, of course. Indeed. Then, above the Imperial Guard rank and file, you have the Carrick Special Guard unit. And higher yet, the Special Inquisitor, the Flamebringer herself. Wow. Armies, man. I could never deal with all this hierarchy crap. Have you ever heard the expression, know thy enemy? Nia, I was Tornar organized. Tornar? It was all centered around Jane. Not exactly structured, though. But we all had our assignments. What was yours, Nia? I was... Naptime specialist. Shut it. I was a general support. I haven't been there long, so I mostly just helped out with whatever. Huh. Not much of a change, then. It is, as you say. Stop making a song like I'm some useless layabout. I mean, I can make brisk and dumplings and stuff, so... Well then, maybe we could cook something together. Mm-hmm. Okay. You're on. My lady, are you sure that's... Both of you sing a different song when I stuff your faces with my food. You had best steal yourself, Master Rex. My lady's cooking is not what anyone would call conventionally tasty. Oh, maybe I shouldn't have riled her up. Ja, ja. Poppy is gleich wieder da. Poppy, power up! Ja, is she. Okay. So. Frage ist, kriegen wir irgendwo Dumplings her? Hm. 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 Hmm Ja, warte mal Sortieren Hm Der ist ja ja, der ist ja ja Echt heftig, wie Billy Poppy ist Poppy ist auch einfach geil Wo sind denn da? Ich mein, guck sie dir an Es ist einfach so süß Oh, warte Gibt es hier Dumplings? Keine Ahnung, ob das das Richtige ist Wir probieren es einfach mal aus Poppy ist mega absolut Hm Hast du nicht viel verpasst G-Man Es tut mir sehr leid, aber Mein Meister wurde wegen eines Vorfalls zum Dienst gerufen Hm Kannst du das genauer ausführen? Mäh Mithra steckt Nase am liebsten in Angelegenheiten von Fremden Ich hab gehört, wie irgendwer ist ermordet worden Was? Es ist in der Thermak-Felle Smuide passiert Vielleicht könnt ihr dort nach ihm suchen Ja Alles klar, dann sehen wir uns dort Oh, ich erinnere mich an die Quest An die Quest erinnere ich mich Habe ich auch lange gebraucht So, mal gucken Lauf ich richtig Ah Ne 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 No Ah Zu gut zum Scheißen Schneeke, eine Frage Weißt du, woran es liegen kann, dass meine Facecam flackert, wenn ich die automatische Belichtung deaktiviere? Äh, kann die nicht aktiv lassen, sonst zerhackt's mir den Greenscreen Das kann daran liegen, dass, ähm, je nachdem wie deine Beleuchtung ist, dass die Kamera halt versucht Das Licht, das habe ich ja auch manchmal, das Licht einzufangen, aber es nicht stark genug ist Das heißt, entweder Ja, eigentlich das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du versuchst, möglich ein gleichmäßiges Bild mit deinem Licht hinzubekommen Das habe ich ja auch manchmal, dass das so anfängt zu flackern, wenn ich dann hell, dunkel, hell, dunkel bin Ähm, das kannst du nur dadurch ausgleichen, dass du es, äh, noch ein Tick heller machst oder eben gleichmäßiger Jedenfalls hat das bei mir geholfen Mithra erinnert mich stark an Ishtar von Fate Okay Ich bekomme richtig Streifen, also schwarze Streifen im Bild Was hast du denn für eine Kamera? Eine Microsoft-Livecam? So eine ganz alte Dann kann es vielleicht daran liegen, weil sie so alt ist Hast du mal geguckt, ob du noch irgendwie ein Software-Update kriegst oder so? Mit 60 Hertz Sieht das noch schlimmer aus, okay Hast du mal geguckt, ob es ein Software-Update gibt? Das wäre so das Erste Wenn es keins gibt Es kann auch sein, dass, ähm Was soll ich denn da reinkommen? Ähm Hast du, oder anders gefragt, hast du das Problem auch, wenn du den Green Screen nicht an hast? Also wenn du den Chroma Key komplett raus nimmst? Einfach verischt da auch eine zweite Persönlichkeit mit blonden Haaren Oh Hab das Problem, seit ich die Beleuchtung anhabe Hm Hm Also gerade bei alten Kameras ist ja häufig eh das Problem, dass die Hm Über die Zeit halt echt Im Anfang das mit dem Flackern, was du meintest, dass das Ähm, weiß ich nicht, dass das zu hell ist oder so Und die deswegen, äh, versuchen diese Überbelichtung rauszukriegen Selbst wenn du die automatische an hast Oder eben nicht an hast Also, dass das insgesamt überbelichtet und deswegen Dann so ein Flackern entsteht Warum das allerdings bei dir schwarze Streifen sind, kann ich dir nicht sagen Hm Hängen die am, ähm, ähm Das LED ist ja wahrscheinlich auch über USB angeschlossen, ne? Oder ist das so eine LED-Lampe, die ganz normal über die Steckdose läuft? Automatische Belichtung hat die gleiche Einstellung wie deaktiviert Hm, nee, Strom, Baustrahler, ah, okay Hm Ist ja von vorne oder von hinten, also von der Kamera aus gesehen Vor der Linse oder hinter der Linse So, werte mythisch plus gebraucht Hm, dann viel, viel Erfolg Hinter der Kern Hm Man kann das vielleicht nur, vielleicht auch mit dem Autofokus zusammenhängen, dass sie dich nicht fokussiert bekommt Hm, also das wären jetzt so meine Ideen Woran es liegen könnte Jetzt habe ich selber keine Microsoft Live-Camp, sondern ich habe so eine Logitech Äh, pff, ja Ah, die schießt mich tot Autofokus ist aus Hm Ich hab mich schon mal Ich hab mich schon mal Ich hab mich schon mal